Im vorherigen Video haben wir gehört, wie Studierende Studium und Beruf vereinen. Schauen wir uns an, wie man planen kann und das wie ein Profi. Für das Planen gilt generell, es gibt verschiedene Wege zum Ziel, die alle richtig sind. Es gibt Leute, die eher Zeit planen und mit Tabellen planen und es gibt Leute, die eher gut funktionieren, indem sie sich Ziele strecken. Alles ist legitim. Planen kann man außerdem auf verschiedenen Ebenen. Auf Studienebene muss man zum Beispiel auch anders planen als auf der Ebene der Masterarbeit. Aber generell gilt, kleine Schritte führen zum Ziel. Je genauer die Vorstellung dessen ist, was man tun muss, desto einfacher fällt es sich, diese Ziele und kleine Schritte zu strecken und das Prinzip, das immer gilt, heißt Know Dyself. Kenne dich selbst. Überlegen Sie sich, wie bin ich, was sind meine Umstände und was ist eigentlich das, was ich gerade plane? Mein Projekt, mein Studium, ganz was anderes. Daraus ergibt sich der Plan für eben das Projekt, das Studium, nochmal andere Dinge. Wichtig dabei ist, dass Sie für sich planen und nicht für andere. Auf Studiumsebene sollten Sie beachten, welche Voraussetzungen es gibt, zum Beispiel. Gibt es Lehrveranstaltungen, die Sie an einem bestimmten Punkt absolvieren sollten? Werden bestimmte Lehrveranstaltungen nur im Sommer oder im Wintersemester angeboten, die Sie absolvieren müssen oder die Sie besuchen wollen? Müssen Sie Pflichtpraktiker oder ähnliches absolvieren? Und wie lange dauert die Abschlussphase? Müssen Sie das Thema Ihrer Masterarbeit an einem bestimmten Datum bekannt geben oder müssen Sie Ihre Masterarbeit an einem bestimmten Datum abgeben? Wenn wir uns dann von der Studienebene zur Masterarbeit oder Projektebene bewegen, denken Sie die Masterarbeit schon früh mit. Bei einem zweijährigen Masterstudium am besten schon ab dem zweiten Semester. Eine Masterarbeit ist ein Schreibprojekt. Nicht jedes Projekt ist gleich, aber Sie können sich prinzipiell an diesem Modell orientieren. Wir arbeiten in der prozessorientierten Schreibdidaktik mit einem Modell, das ein Schreibprojekt in fünf Phasen unterteilt. Es gibt verschiedene Modelle und man sollte bedenken, dass es nicht die Realität abbildet, sondern mehr einen Richtwert. Aber die großen Schritte, die ein Masterarbeitsprojekt hat oder haben wird, sind Orientierung und Themenplanung, wo Sie sich überlegen, was Ihr Projekt eigentlich enthält, was Sie interessiert und wie Sie daran herangehen. Das Material sichten und strukturieren, wo Sie sich ausgehend von Ihrer ersten Idee überlegen, welches Material gibt es, welche Literatur gibt es, wo Sie lesen und sich überlegen, wie Sie das aufbauen könnten. Die Phase Rohtext verfassen, wo es vor allem darum geht, Ihren eigenen Text zu schreiben. Eine Phase von Feedback und Revision, wo Sie schauen, wie Ihr Text auf andere wirkt und schließlich auch korrigieren und finalisieren. Das heißt, wo es darum geht, sprachliche Fehler zu finden und diese sprachlichen Fehler auszumerzen und schließlich abzugeben. Wie gesagt, das Modell bildet die Realität nicht ab, sondern gibt Ihnen einen Richtwert, an welche großen Schritte Sie bei Ihrer Planung denken sollten. Für einen Zeitplan stellen Sie sich am besten diese Fragen. Lesen Sie sie durch und klicken Sie dann auf Weiter. Beachten Sie auch, dass Sie bei einem empirischen Forschungsprojekt die Datenerhebung und Auswertung mit genügend Zeit einplanen sollten. Planen Sie am besten vom Ende zum Anfang. Denken Sie daran, wann Sie Ihre Masterarbeit abgeben wollen oder müssen. Planen Sie dann von der Deadline aus auf der Makroebene entlang der Phasen, die ich Ihnen vorgestellt habe. Alle Phasen waren in etwa gleich lang geplant. Für die Rotext-Schreibenphase aber sollte man doppelt so viel Zeit einplanen. Gerade bei besonders langen Schreibprojekten wie der Masterarbeit ist es nämlich nicht realistisch, mehr als zwei Seiten am Tag zu schreiben, zumindest durchschnittlich. Planen Sie auch Puffer ein, für den Fall, dass auch mal was Unvorhergesehenes passiert. Planen Sie von vornherein Zeit für Feedback von Freundinnen und Freunden ein, von Ihrem Betreuer oder Ihrer Betreuerin und planen Sie auch die Überarbeitungszeit ein. Gerade die wird nämlich gern vergessen. Vereinbaren Sie mit Freundinnen oder Ihrer Betreuerin auch, wann diese Feedbackphasen stattfinden sollen und vereinbaren Sie sich gegebenenfalls auch zwischen Deadlines. Und jetzt geht es an Sie. Überlegen Sie sich, wie dieser Zeitplan für Ihre Masterarbeit aussehen könnte und klicken Sie auf Weiter, wenn Sie soweit sind. Pläne sind ein wichtiger Referenzpunkt, wenn man gerade nicht weiter weiß oder sich in einer Übergangsphase befindet. Deswegen gilt das Motto, I make a plan, I break a plan, but I'm never without a plan. Planen Sie so, dass Sie zwar merken, dass Ihr Projekt ein Ende hat, aber planen Sie genug Puffer für Unvorhergesehenes ein. Studienpläne waren oft mit der Idee von Vollzeitstudierenden geschrieben. Wenn Sie nicht Vollzeit studieren, müssen Sie auch einplanen, dass Ihr Job Zeit brauchen wird. Es geht nicht darum, von Anfang an den perfekten Plan zu haben, sondern einen Anhaltspunkt, den man immer wieder angleichen kann. Die Weltherrschaft erlangt man meistens auch nicht mit dem ersten Plan. Es braucht viel Trial and Error und es ist auch gut so, dabei lernt man sehr viel. Zum Schluss. Vielen Dank.